Mikrochips im Impfstoff. US-Forscher entlarven Biontech. Die Bevölkerung wird durchgeimpft und dann ist es rum mit dieser Pandemie. Da krieg ich fast wieder das Kotzen, gell, gerade wenn ich sowas höre. Klagen in Deutschland ein Sechstel aller Geimpften über Nebenwirkungen nach der Corona-Impfung, womit die Rate der auftretenden Nebenwirkungen bis zu 20 mal höher liegt als bei herkömmlichen Impfstoffen. What the fuck is going on here, bro? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Mikrochips im Impfstoff. US-Forscher entlarven Biontech. Corona-Aufarbeitung geht weiter, meine lieben Freunde. Das war ja mal eine miese Verschwörungstheorie gewesen, dass die Impfung nicht nur eine Gentherapie ist, sondern eventuell auch Mikrochips enthält. Ich weiß jetzt nicht, was da dran ist, aber es hört sich auf jeden Fall definitiv nach einem Topic an, wo man auch den Aluhut mal aufsetzen kann, vorsichtshalber und mal gucken kann, in welche Richtung das reingeht. Ich liebe euch, meine lieben Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen. Abonniert diesen Kanal und werdet gerne auch Mitglied. I love you. Wir gehen rein in den ersten Peter für heute. Peter, ey den Mann, Alter. Und los. Ja. Ja, jetzt willkommen zum 9Media Update für Montag, den 21. Oktober 2024. Heute wieder mit einem Update rund um die Aufarbeitung der Covid-Pandemie. Wichtig? Die trotz alledem, was momentan auf der Weltbühne stattfindet, das mit Abstand wichtigste Thema ist. Warum? Nun, weil globale Krisen, insbesondere Pandemien, der schnellste Weg in die neue Weltordnung sind, vor der Zeit seit langer Zeit gewarnt wird. Denn eine Krise, bei der die Regierungen weltweit ihren Bevölkerung eintrichtern können, dass Teile der Gesellschaft eine Gefahr für die breite Masse sind, weil sie nicht diese oder jene Anforderungen, wie zum Beispiel eine Impfung erfüllen, kann ausgenutzt werden, um die Verfassung und Grundrechte auszuhebeln, was offiziell zum Schutze der Bevölkerungsmehrheit getan wird, sich mittel- bis langfristig, aber gegen alle Bürger richtet. Hundertprozentig, hundertprozentig, unterschreibe ich dir. Die Bevölkerung wird durchgeimpft und dann ist es rum mit dieser Pandemie. Da kriege ich fast wieder das Kotzen, gell, gerade wenn ich sowas höre. Die Impfte sollen nach unserer Verordnung gar nicht feiern. Sie dürfen sich eigentlich nur mit ungeimpften Treffen im eigenen Hausstand. Wenn du irgendwie mehr... Mach den Kopf zu. ...willst als dein Rathaus oder deinen Supermarkt besuchen, dann musst du geimpft sein. Das ist ja noch kein Zwang, sondern Pflicht. Für mich sind Pflichten etwas Positives. Das ist was zwischen 2020. Guck sie dir an, ey, die Marionetten. Mann, 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 das waren wilde Zeiten, Chat, gell. Das waren wilde Zeiten, was man da ertragen musste als Freidenker. Als jemand, der nicht einfach so mitspielt, ohne zu hinterfragen. Harte Zeiten, harte Zeiten. Da hatte auch die Spreu sich vom Weizen getrennt, so ein bisschen in der Zeit. ... und Anfang 2023 geschehen ist, muss zumindest so weit aufgearbeitet werden, dass eine zweite Pandemierunde immer unwahrscheinlicher wird, da bei einem weiteren Ausbruch aufgrund der weit verbreiteten Aufklärung nicht mehr das gleiche Maß an Massengehorsam erzeugt werden kann, was... Ist so. ...pandemien dann mit einem zu hohen politischen Risiko verknüpft. Haben sie doch schon ausprobiert, ne? Zwei, drei neue Pandemien anzuschmeißen. Affenpocken, hab ich gehört. Dann kam Covid wieder um die Ecke. Hat aber nicht so richtig funktioniert. Die wollten schon Alarm machen wie bei der Corona-Sache, aber es hat nicht gezündet und dann haben die ganz schnell wieder den Kopf zugemacht. Also mit Pandemie ist nicht mehr so. Da müssen sie sich jetzt was Neues einfallen lassen. Sollte dies nicht erreicht werden und die Ereignisse der letzten Jahre in Vergessenheit geraten, dann können wir davon ausgehen, dass wir noch in den 20er Jahren einen weiteren globalen Ausbruch mit erheblich härteren Maßnahmen erleben werden. Als Bürger mag man sich... Klima, hast recht, ja. ...wagen, wie denn überhaupt irgendjemand ein Interesse daran haben könnte, eine weitere Pandemie anzustoßen, wenn die Krise doch so viele Opfer gefordert und die Weltwirtschaft in Schieflage gebracht hat. Jaja, es gibt halt Leute, die nutzen das halt, um noch mehr Kontrollmechanismen einzuführen. Weißt du, wenn so eine Pandemie kommt um die Ecke, dann führen die ganz viele neue Dinge ein, wo die Bevölkerung sich langsam dran gewöhnt. Social Distancing, Scannen von irgendwelchen Impfnachweisen, digitaler Impfausweis, bla bla bla, nicht mehr so viel Bargeld und so. Und dann nach der Pandemie wird wieder einiges davon aufgehoben, aber ein paar Prozent haben sie wieder mehr gewonnen. Und das geht dann immer so weiter mit jeder Pandemie und irgendwann bist du in der totalen Kontrolle drin und bist gar nicht mehr frei. Hört sich Faktab an, aber ist so. Doch während die in vielen Bereichen entrechtete Bevölkerung die Leidtragenden der Pandemie waren, gab es an der Spitze der politischen und wirtschaftlichen Pyramide zahlreiche Individuen, für die die Pandemie das Beste ist, was ihnen jemals passieren konnte. Denn die Möglichkeiten des schamlosen Ausnutzens der Krise waren endlos. Wie bereits bei den Maskendeals aufgeflogen ist. Ja und Money-Macherei natürlich auch. Und Politiker gemeinsame Sache mit Herstellern gemacht und Deals eingefädelt, bei denen sie hohe Millionenbeträge an Steuergeldern in die von Unternehmen gewünschte Richtung lenkten und dafür natürlich fürstlich entlohnt wurden. So hat zum Beispiel der damalige CSU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Georg Nüßlein, Masken-Einkäufe der Bundesregierung koordiniert und dafür 660.000 Euro Provision kassiert, was ihm ein Ermittlungsverfahren wegen Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung einbrachte. Der CDU-Abgeordnete Nikolas Löbel erhielt 250.000 Euro Provision für die Einfädelung des Verkaufes von Masken an Kommunen und musste, genauso wie der ehemalige bayerische Justizminister Alfred Sauter, der 100.000 Euro Provision kassiert haben soll, sein Amt niederlegen. Und das, was zufällig bekannt geworden ist, war natürlich nur die Spitze des Eisberges. Es scheint so, als wenn es vor allem Abgeordnete der damaligen Kanzlerpartei CDU waren, welche die Chance erhielten, sich durch die Maskendeals zu bereichern, was Sinn ergibt, damit Jens Spahn, ihr Parteikollege im Bundesgesundheitsministerium saß und die Korruption von oben decken konnte. Und Spahn, der sich bereits im Sommer 2020 eine Villa in Berlin-Dahlem für satte 4,2 Millionen Euro kaufte, hat mit seinen Maskendeals alle anderen Politiker um das Vielfache übertroffen. Er schrieb die Maskeneinkäufe seines Ministeriums kurzerhand mit einem Open-House-Verfahren aus und kaufte somit ohne jegliches Limit alle Masken an, welche Lieferanten innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes beschaffen konnten. 5,7 Milliarden Corona-Masken für fast 6 Milliarden Euro wurden dem Bundesgesundheitsministerium in Rechnung gestellt, wobei Spahn aus irgendeinem Grund für angemessen hielt, ganze 71 Corona-Masken pro Bundesbürger einzukaufen, die zum Großteil natürlich benötigt wurden und bis heute in Lagerhallen verrotten. So eine Veranschaulichung. Von dem Geld, welches hier verschwendet wurde, hätte man jedem der 50.000 Obdachlosen in Deutschland eine Wohnung im Wert von über 100.000 Euro bauen können. Ja. Brav. Wer meint, dass Jens Spahn nicht genauso wie seine Parteikollegen... Das sind erstmal nur die Masken. Überleg mal, was die noch mit den Impfkollegen, also mit der Impfung noch für Reibach gemacht haben. Das ist doch krank. ...von diesen unvorstellbar großen Maskendeals profitiert hat, ist überaus naiv. Hier scheinen nur weniger Fehler bei der Vertuschung gemacht worden zu sein, da es natürlich um ganz andere Summen ging. Dazu muss man allerdings sagen, dass die Ampelregierung aktuell die Zahlung von 2,3, der insgesamt 6 Milliarden Euro verweigert und von den vermeintlich geschädigten Lieferanten vor Gericht gezerrt wird, wobei es aktuell so aussieht, als wenn der Bund den Prozess verlieren und auch noch die restlichen Milliarden zahlen müssen wird. Und was ist das? Von wem kommt die Kohle? Ja. ...steuergeld verschwendet, hat der amtierende Gesundheitsminister Lauterbach nun tatsächlich die teuersten Anwälte, die er auftreiben konnte, auf den Fall angesetzt, die der Regierung bisher über 73 Millionen Euro in Rechnung gestellt haben. Wie bitte... Ach du Scheiße. ...soll solch eine Summe gerechtfertigt sein. Scheint fast so, als wenn es hier wieder Kickback-Zahlungen gibt. Was mich bei Lauterbach nicht wundern würde, da... 71 Millionen für Anwälte... ...ohnehin momentan... ...nach... Alter, die schmeißen mit Geld rum, gell, das ist brutal. Während Rentner draußen rumlaufen müssen und Pfandflaschen sammeln, weil die nicht genug Rente bekommen. Das musst du dir mal reinziehen. Oder Leute nicht mehr heizen können, weil die Vollidioten da so komische Sanktionen gegen Russland verhängt haben und wir Energiepreise durch die Decke schießen lassen. Das ist so... Das ist so kriminell, was die verursachen, gell, was die... ...in der Presse unter massivem Lobby- und Korruptionsverdacht steht. Wir lesen bei Focus Online. Ein brisantes Enthüllungsdokument soll zeigen, wie der US-Pharmakonzern Eli Lilly einen Gesetzeswechsel in Deutschland angeleiert hat, mit dem Versprechen danach, Milliarden in Rheinland-Pfalz zu investieren. Im April 2024 wurde noch groß gefeiert. Bundeskanzler Olaf Scholz, Gesundheitsminister Karl Lauterbach und die damalige Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, begingen den Baubeginn eines... Dreyer auch wilder Name, gell? ...werks des US-Pharmakonzerns Eli Lilly im rhein-hessischen Ahlzeit... Diese ganzen Namen sind schon... Ich könnte mich jedes Mal totlachen. Eli Lilly. Malu Dreyer. Jo, das ist doch... Kasper... Mit einem symbolischen Spatenstich. Schon damals gab es Spekulationen, dass Eli Lilly seine Investitionsentscheidung mit einem geheimen Gegengeschäft verknüpft haben könnte. Kurz vor der Ankündigung hatte Gesundheitsminister Lauterbach das Medizinforschungsgesetz vorgestellt, welches es Pharmaunternehmen ermöglichen soll, die Erstattungspreise ihrer neuen Medikamente geheim zu halten. Es wurde vermutet, dass dieses Gesetz eine Lex Lilly sei, eine bevorzugte Regelung zugunsten des Konzerns. In... Lex Lilly. ...dokumente, die der Süddeutschen Zeitung, NDR, WDR und der Journalistengenossenschaft Investigate Europe vorliegen, bestätigen die Forderungen von Eli Lilly und die Zugeständnisse der Regierung. Bundeskanzler Olaf Scholz war offenbar tief in die Vorbereitung involviert. Staatssekretär Jörg Cookies und Scholz selbst führten Gespräche mit Dave Riggs, dem CEO von Eli Lilly. In Berlin wird spekuliert, dass Scholz Lauterbach die Geheimpreise vorgeschlagen habe. Lauterbach, der zuvor vehement gegen Geheimpreise war, änderte seine Meinung im Jahr 2023 und erklärte dies damit, dass andere Länder den deutschen Ansatz nicht übernommen hätten. Interne Dokumente zeigen jedoch, dass Experten im Ministerium vor erheblichen Problemen und Mehrkosten warnten. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, GKV, rechnet mit Mehrkosten von bis zu 840 Millionen Euro im ersten Jahr. Innerhalb einer Dekade könnte sich dies auf 8 Milliarden Euro summieren. Ja, ND aktuell bezeichnet das Ganze sehr passend als Deal mit dem Teufel, da der US-Pharmakonzern Eli Lilly seit Jahrzehnten auf überaus fragwürdige Strategien setzt, um sich die Rechte über lebenswichtiger Medikamente einzuverleiben und im Anschluss die Preise nach oben zu schrauben. Eines der bekanntesten Beispiele ist Humalog, ein von Eli Lilly hergestelltes Insulinpräparat, das für Diabetiker lebensnotwendig ist. Die Preise für Humalog haben sich in den USA über die letzten zwei Jahrzehnte drastisch erhöht, was bei Patienten- und Verbraucherschutzgruppen zu massiven Protesten führte. Die Kosten stiegen von rund 21 US-Dollar pro... Die Spielen mit Menschenleben, ey. Wegen Money. Das musst du immer reinziehen. ...Dosis im Jahr 1999 auf aktuell mehr als 275 Dollar, was vielen Diabetikern den Zugang... The world is echt pretty fucked up, wenn ich das mal so sagen darf an der Stelle. ...zu bezahlbarem Insulin erschwert. Alimta, ein Medikament von Eli Lilly, zur Behandlung von Lungenkrebs, erfuhr ebenfalls erhebliche Preiserhöhungen, was für viele Patienten und das Gesundheitssystem zu großen finanziellen Belastungen führte. Und für genau dieses, offenbar skrupellose Unternehmen, ändert die Ampel, angeleiert von Lauterbach und Scholz... Wer zieht dir eigentlich zur Verantwortung? Niemand, außer Gott, am Ende des Tages. ...Lauterbach und Scholz, das Medizinforschungsgesetz, damit zukünftig nicht mehr öffentlich eingeleiert... ...einsehbar ist, wie viel Geld die Pharmakonzerne von den Krankenkassen fordern. Sprich, Eli Lilly und Co. können ihre Preise in Deutschland in Zukunft enorm erhöhen, ohne dass es die Bevölkerung mitbekommt... ...und so die gesetzliche Krankenkasse ausnehmen, was diese natürlich dazu zwingen wird, die Beiträge zu erhöhen... ...womit Lauterbach und Scholz mal wieder Politik für Big Pharma und gegen die eigene Bevölkerung machen. Und so erklärt sich auch immer mehr, wie die gesamte Pandemie-Politik in dieser Form überhaupt zustande kommen konnte. Wenn wir wenigstens noch ein paar tatsächliche Volksvertreter hätten... Gibt's nicht. ...die hochriskante mRNA-Kampagne frühzeitig gestoppt worden, doch da sich Pharmakonzern... Marionetten, das sind alles Marionetten, die werden von Money gesteuert, merkst du ja. Du kommst gar nicht erst in so eine Position rein, wenn du nicht steuerbar bist, weißt du. Die werden schon auch so ausgewählt, die werden schon so erzogen, die werden so groß gemacht, die werden teilweise schon im Jugendalter in Universitäten geschickt... ...und vorbereitet auf den Posten dann irgendwann, damit die dann auch schön spielbar sind. Da gibt's... Das ganze System ist halt leider im Arsch und deswegen geht gar nicht erst wählen, da wird niemand kommen, der wirklich was verändert. Sorry, wenn ich das so hart sagen muss an der Stelle, aber das ist meine Meinung. Wie wir jetzt schwarz auf weiß sehen, ihre Wunschpolitik einfach kaufen können... ...hätte Deutschland fast einen Impfzwang eingeführt, der am Ende nur durch massiven öffentlichen Druck gestoppt werden konnte. Ja, und wie jetzt durch eine Forsa-Umfrage herausgekommen ist, klagen in Deutschland ein Sechstel aller Geimpften über Nebenwirkungen nach der Corona-Impfung... Ein Sechstel?! ...Womit die Rate der auftretenden Nebenwirkungen bis zu 20 mal höher liegt als bei herkömmlichen Impfstoffen. Ist kein Impfstoff, ist eine Gentherapie gewesen. Shoutouts an alle Ungeimpften, ihr habt alles richtig gemacht, ich küsse eure Zirbeldrüse. Schade halt, ne, ist traurig, weil viele Leute haben sich nicht impfen lassen, weil sie überzeugt davon sind. Die haben sich impfen lassen, weil die gedrängt wurden, sich impfen zu lassen. So. Ja, ein ganz geringer Prozentteil der Bevölkerung hat sich impfen lassen, weil die überzeugt davon waren, glaubt mir das. Und ja, ich glaub, langfristig werden leider noch mehr, also ein Sechstel sind wir jetzt grad, aber das wird noch mehr werden. Ich glaub, diese ganze Gentherapie wird auch langfristig noch Auswirkungen haben, weißt du. Hat ja auch, jetzt schon bewiesen, Übersterblichkeit, Immunsystem, andere Krankheiten werden mehr. Teilweise können Leute nicht mehr schwanger werden und so. Das hat leider einen richtig ekelhaften Effekt auf die Menschen gehabt, diese Impfung. Dazu kommt die auffällige Übersterblichkeit. Sorry, nicht Impfung, Gentherapie. Die explodierende Zahl der Krebsfälle, exakt seit Beginn der Covid-Impfkampagne. Sag nicht muss. Einer sagt, ich musste mich auch impfen wegen der Arbeit leider. Sag nicht muss, bitte Bruder Hetz. Müssen tun wir nichts außer sterben. Aber ja, du hast dich impfen lassen wegen der Arbeit, weil du keine Wahl gesehen hast für dich. Aber es gibt immer eine Wahl. ...2021, was nicht nur uns in Deutschland Sorgen bereitet. In den USA schlagen nun sogar schon Kongressabgeordnete wie Marjorie Taylor Greene Alarm, dass die Covid-Impfstoffe für die aktuell höchste Krebsrate aller Zeiten verantwortlich sind. Guck. Guck. Doch anders als bisher vermutet wurde, wurde mit den Impfstoffen höchstwahrscheinlich Okay. In dem schockierenden Interview teilte sie die neuesten Untersuchungsergebnisse, bei denen das Blut von Geimpften mit dem Bountech-Pfizer-Impfstoff unter einem Dunkelfeld-Mikroskop untersucht wurde. Wir hören mal rein. What you see here is a Pfizer-BioNTech-Covid-19 injection. In the background you see all of these blinking lights and extreme activity. And here you see that something has self-assembled that we call microchips because... What the fuck is going on here, bro? Yo! Yo! Jetzt werden die miesesten Verschwörungsmystiken auch noch wahr oder was? Also erstmal zuhören, warte. We have done studies that these microchips are actually emitting, what's called a MAC address phenomenon. Tell us what the flashing dots are in the background. This is what's called nano and micro robots that... ...are communicating with each other via light signal, and they are collaborating to self-assemble these larger structures that are microchips. An analysis of COVID-19 injections have found 54 undeclared chemical elements, including fluorescent, graphene, oxide. Also laut der Ärztin... Hohohohoho! Ach du Scheiße! Also die Analyse von den COVID-19-Impfstoffen hat 54 undeclared chemical elements, including fluorescent, graphene, oxide. Graphene und so'n Scheiß. Also laut der Ärztin ist tatsächlich erkennbar, dass im Impfstoff eine enorme Anzahl an Nanorobotern befindet, die miteinander über Lichtsignale kommunizieren und tatsächlich kleine Microchips aufbauen. Als Bausteine dafür verwenden sie die ebenfalls im Impfstoff enthaltenen chemischen Verbindungen wie Graphenoxid, von denen wir ja schon länger wissen, dass sie in den Dosen vorhanden sind. Die amerikanische Universität von Comahew hat in einer Studie 54 chemische Verbindungen identifiziert, die eigentlich nicht in den Impfungen enthalten sein sollten. Darunter auch fluoreszierende Partikel, welche die Nanoroboter scheinbar zur Übertragung von Signalen verwenden. Bisher wurde dies übersehen, da zum einen nicht die richtige Mikroskopietechnik angewendet und zum anderen nicht die benötigte Helligkeit eingestellt wurde. Erst bei einer 100-fachen Aufhellung der Probe können die Lichtsignale der Nanoroboter sichtbar gemacht und beobachtet werden, wie diese die Mikrochips zusammensetzen, die... Digger, das kannst du dir doch nicht ausdenken, ja. Ist das echt so? Ist das wirklich jetzt so, oder was, Digger? Nanoroboter, die ist das Lüge. Glaub ich nicht wirklich. Man weiß nie, ey, ich trau dir mittlerweile alles zu, gell. Das war ja mal ne miese Verschwörungstheorie gewesen in der Zeit. Ich war jetzt auch nie überzeugt davon. Aber... Die Ärztin ist auf jeden Fall vom Fach, aber... I don't know. ... der Ärztin sogar eine eigene IP und Bluetooth-Adresse generieren. Eine eigene IP und Bluetooth-Adresse, Alter! Ja, wofür genau die Mikrochips im Körper der Milliarden-Geimpften eingesetzt werden können, ist bisher unklar. Ja, das wird wahrscheinlich dann später noch irgendwann um die Ecke kommen. Auf einmal werden die alle gehackt oder so. Bro, und dann wird richtig Zombie-Alarm gemacht. Und die Ungeimpften müssen dann irgendwie, weißt du, vielleicht werden die so programm... Ich kann mir mittlerweile alles vorstellen, ja. Vielleicht lässt sich darüber nur der Standort der Person erfassen. Vielleicht sind aber auch ganz andere Dinge möglich. Natürlich muss das Ganze weiter untersucht und von anderen Laboren bestätigt werden. Wobei auch freie deutsche Forschungsinstitute gefragt sind, die Ergebnisse aus den amerikanischen Laboren zu replizieren. Und die kleinen Graphenoxid-Chips genauer zu erforschen, um eventuelle Risiken für die Geimpften einzuschätzen. Die Bountech-Investoren wollen natürlich das genaue Gegenteil. Fokus schreibt, Bountech-Förderer sollten stärker auf die Chancen schauen, als immer nur auf die Risiken. Natürlich gibt es Leute, die es als Chance sehen, wenn man den Menschen unbemerkt Nanoroboter injizieren kann, die dann alles Mögliche im Körper anrichten können. Doch das sind nicht die Leute, auf die die Politik hören sollte, falls wir in ein paar Jahren noch eine funktionierende Zivilisation haben wollen. Und da es mit Bountech ein deutsches Unternehmen ist, welches diese Impfstoffe hergestellt und an die gesamte Welt verteilt hat, trägt die deutsche Politik auch eine Verantwortung, hier den Weg für vollumfängliche Untersuchungen und Ermittlungen freizumachen. Mit der Mikrochip-Entdeckung im Bountech-Impfstoff erklärt sich jetzt auch, warum sich das Unternehmen Bountech, also Biologie und Technologie genannt hat. Scheinbar ist der Name wörtlicher zu nehmen, als wir vorher angenommen haben. Bereits jetzt fordert fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, der spätestens nach der nächsten Wahl zustande kommen wird, da AfD und BSW dann über deutlich mehr als die benötigten 25% der Abgeordneten verfügen könnten. Und Lauterbach, der aktuell um eine Aufarbeitung ohne Schuldzuweisungen bittet, dann nicht mehr im Amt sein wird. In der Zwischenzeit wird es Corona-Untersuchungsausschüsse in Sachsen und Thüringen geben. Erwartet nichts, meine lieben Freunde, von diesen Ausschüssen und so einen Scheiß. Erwartet davon einfach nichts. Es ist meistens so, dass die Leute, die diese kriminellen Machenschaften hinten am Laufen haben, dass die meistens nie zur Rechenschaft gezogen werden. Kommt vielleicht mal eine Entschuldigung oder der eine Bruder muss dann zurücktreten und arbeitet dann für ein Privatunternehmen und macht noch mehr Geld. Ihr müsst immer auf Gott vertrauen. Jeder muss am Ende des Tages für alle seine Taten bezahlen. Und wenn ihr daran glaubt, dann müsst ihr auch selber nicht irgendwie darauf hoffen, dass irgendjemand daran glauben muss oder so. Weißt du? Weil das meistens leider nicht passiert. Kennen wir doch schon. Wobei die AfD und auch das BSW dann die Möglichkeit erhalten, Beweise einzubringen und Zeugen vorzuladen, um die Geschehnisse der letzten Jahre zu durchleuchten. Ja und vielleicht laden sie dann auch die Ärztin Dr. Mihalzea ein, die mit ihren Untersuchungsergebnissen mindestens mal die Grundlage für eine Vorladung des gesamten Bountech und Pfizer Vorstandes geschaffen hat, die der gesamten Welt Antworten schuldig sind. Ja, was für ein Glück, dass wir während der Corona-Zeit eine Community hatten, die uns den Rücken stärken konnte, als die Ausgrenzung und der Impfdruck immer größer wurden. Zum Glück sind wir standhaft geblieben und haben dieses Medikament abgelehnt, das sich immer mehr als potenzielle Waffe entpuppt. Proud of you. I'm proud of you. Alle meine ungeimpften Brüder und Schwestern habt euch gut durchgezogen auf jeden Fall. War nicht einfach gewesen in der Zeit. Ich weiß ganz genau, ich spreche aus Erfahrung. Es war nicht einfach gewesen. Aber es gibt echt viele oder einige Leute gerade hier bei mir in der Community, die es einfach durchgezogen haben, egal welcher Druck von außen kam. Und da könnt ihr schon stolz auf euch sein. Wirklich. Ich glaube, dass ihr euch für eure Mitmenschen eingesetzt und so viele Seelen durch eure Aufklärung gerettet habt. Das gilt auch für all meine Kollegen da draußen. Ja, und vielleicht wird es eine Möglichkeit geben, die Technologie in den Impfungen unschädlich zu machen und auszuleiten, jetzt da zumindest die Untersuchungen der Impfstoffe auf der richtigen Spur sind. Ich glaube tatsächlich, dass solch eine Rettungsaktion möglich ist, wenn sich die Politik ihrer Verantwortung bewusst wird und den schnellstmöglichen Weg für die Aufarbeitung ebnet. Deutschland sollte kein Hindernis, sondern die Speerspitze dieses Clubprozesses sein, weshalb ich an jeden da draußen in Schlüsselpositionen plädiere, jetzt das Richtige für Deutschland und die Menschheit zu tun. Immerhin ist es die Organisation der Kennedy-Familie, die die Information rund um die Nanoroboter und die Mikrochips in den Impfungen an die Öffentlichkeit gegeben hat. Wobei Robert Kennedy Jr. auf jeden Fall eine Schlüsselposition in der nächsten US-Regierung einnehmen wird, falls Trump die Wahl gewinnt, wonach es aussieht. Weshalb sich jeder deutsche Politiker mal die Frage stellen darf, auf welcher Seite der Geschichte er diesmal stehen möchte. Ja, ich weiß, wie riskant... Auf jeden Fall nicht auf der Seite von irgendeinem Politiker, Lion. Du musst das auch mal irgendwann verstehen, ja? Ja, Trump und AfD sind keine Messiasse, die auf einmal die Welt verbessern werden. Die gehören genauso zum System dazu, wie alle anderen vorher auch. So, wenn du schon so mies recherchierst und hier mit Mikrochips in Impfungen kommst, dann muss das doch auch mal bei dir irgendwann angekommen sein, oder nicht? No front. Solche Berichte sind, doch dieses Thema ist viel zu wichtig, als dass es einfach totgeschwiegen werden kann. Ich bleibe mit solchen Informationen auf Sendung, egal wie viel Gegenwind auch kommen mag, und bedanke mich bei den Unterstützern des Kanals, ohne die mein freier Journalismus so nicht möglich wäre. Ja, während die Funkkanäle hunderte Millionen kassieren, werden immer mehr freie Medien, wie auch mein Kanal... Wundert mich immer wieder, dass diese Jungs aus den alternativen Medien, also die alternativen Medien wurden auch unterwandert leider, von diesen Parteien und von diesen Politikern. Und dass diese Jungs das nicht verstehen, das wundert mich echt immer wieder. Bei allen Themen sind sie dabei mies zu recherchieren, aber wenn es darum geht, mal zu gucken, was deren Heldpolitiker oder deren Partei, die die so fühlen, was die am Laufen haben und wie die gegründet wurden und wer da dahinter steckt. Und dass die genauso Teil der Elite sind und genauso dafür verantwortlich sind, dass wir gefickt werden, dann macht man einfach mal die Augen zu. Weißt du, was ich meine? Das ist so crazy, ja? Ist crazy. Auf allen Plattformen dämonetalisiert, weshalb euer Beitrag einen großen Unterschied macht. Falls ihr meine Arbeit unterstützt... Ich küss deine Zäbeldrüse, Bro. Trotzdem interessantes Video. Trotzdem interessantes Video. Fand ich eine gute Sache auf jeden Fall. Ich find's crazy, also wenn da wirklich was dran ist, ne? Weiß man natürlich nicht, ist jetzt erstmal von einer Ärztin so... ...dargestellt worden, als ob das so ist, aber das sieht halt schon wild aus hier, ne? Das ist eine Scheiße. Das ist echt... Also ich bin da gespannt, was da in den nächsten Jahren noch so um die Ecke kommen wird mit der ganzen Impfthematik. Und so. I love you auf jeden Fall. Schreibt mir eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.